Dass die Preise für Öl und für Gas deutlich teurer geworden sind, das merken wir sowohl bei der Nebenkostenabrechnung, aber auch bei der alltäglichen Fahrt zur Tankstelle. Aber diese Fahrt zur Tankstelle, wo man sich ja leider inzwischen schon freuen muss, wenn wir bei einem Preis von 1,70 für einen Liter Benzin sind, diese Fahrten werden wir vielleicht noch vermissen. Denn es stehen wohlmöglich noch deutlich höhere Preise auf der Agenda. Und ich spreche heute hier nicht über die ohnehin bekannten Lieferkettenprobleme, die uns womöglich drohen können. Ich spreche auch nicht davon, dass womöglich die ölproduzierenden Länder ihre Macht eines Tages mal ausnutzen und sagen, wir verkaufen dem Westen das Öl nur noch teuer, weil ist uns ja egal, ihr seid auf uns angewiesen. Nein, ich rede heute von einem Problem, was diesen Bergbausektor, dazu gehören aus unserer Sicht sowohl Öl und Gas, aber halt eben auch die klassischen Mining-Unternehmen. Man kann übrigens auch im weitesten Sinne noch das Bitcoin-Mining mit dazu zählen, aber das passt jetzt hier thematisch nicht ganz rein. Dass diese Unternehmen in den letzten Jahren stark von Investoren einfach, ja, vernachlässigt wurden. Das haben ja, ich habe euch schon so viel gezeigt, dass davor auch Banken warnen, so viele Investoren auf der Welt warnen davon, dass der Bergbausektor viel zu unbeliebt ist. Ein großes Problem ist nämlich, und das könnte uns auch hier in dem Fall erwarten, dass die Exploration zu kurz gekommen ist. Was genau ich damit meine, das erzähle ich gleich im Video, außerdem sprechen wir auch über den Kursrutsch, den jetzt Barry Gold wieder erlebt hat und unsere Meinung dazu. Und wir reden auch über neueste Updates, die es aus dieser Woche gab von unseren Small-Cap-Unternehmen von Axino Capital.de. Mein Name ist Jan Wilhelm von Axino Capital. Wir investieren seit 35 Jahren in vielversprechende Edelmetall- und Rohstoffaktien. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr aus den Videos, die wir jetzt fast täglich für euch machen, was mitnehmen könnt, dann könnt ihr uns sehr gerne was zurückgeben. Nämlich, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben und vielleicht einen kurzen Kommentar gebt. Das reicht auch manchmal nur, einen Daumen in die Kommentare zu schreiben. Das hilft uns einfach, im Algorithmus weiter voranzukommen. Und am Ende freuen wir uns natürlich über jeden einzelnen Kommentar. Das ist nicht selbstverständlich. Vielen, vielen lieben Dank auch für eure Unterstützung in den letzten Monaten. Und jetzt geht's direkt los mit den Mining-News der Woche. Ja, was ich eingangs angesprochen habe, das könnte sich wohl möglich bewahrheiten. Dass wir vielleicht in ein oder zwei Jahren zur Tankstelle fahren und sagen, Weißt du noch damals, als der Liter Benzin nur 1,70 gekostet hat? Das große Problem ist nämlich, und das betrifft diesen gesamten Bergbausektor, alles sind Depleting Assets. Ja, also Assets, die man abbaut, die irgendwann nicht mehr da sind. Anders als zum Beispiel bei Technologieunternehmen, wo man eben Assets hat, die immer funktionieren, ist es halt so, dass man, wenn man Öl aus dem Boden zum Beispiel pumpt, irgendwann ein leeres Ölfeld hat. Okay, soweit klar. Das ist halt eben so. Aber man muss dann natürlich auch neue, in dem Fall Ölfelder suchen. Und davor warnt inzwischen auch schon die, in dem Fall die CEO von Occidental. Das ist ein, ja, großes Öl- und Gasunternehmen auch, vielleicht nicht ganz so bekannt wie jetzt eine Shell etc. Aber trotzdem, ich glaube, um die 45 Milliarden wert, also kein kleiner Laden. Und die Frau geht einfach, die Vicky Hulp, die geht auch noch ganz klar darauf ein, dass die unterlassene Exploration in den letzten Jahren sich definitiv rächen wird. In den letzten zehn Jahren, ein bisschen mehr, seitdem der Bergbausektor eingebrochen ist, so 2013 um den Dreh, haben sich viele Investoren abgewandt. Ist auch klar, der Bergbausektor bricht zusammen, man zieht das Geld raus, es gibt andere Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Alles völlig normal, ja, muss man ja auch so sehen. Aber der Bergbausektor lebt eben von dieser Exploration, also von der Neuentdeckung neuer Assets. Und da ist einerseits für einen Investor eine enorme Kurschance, ja, wenn man etwas Enormes findet. Da gehen wir im Anschluss nochmal drauf ein. Ich habe ja ein paar von unseren kleinen Explorationsfirmen heute wieder mit dabei. Aber das Problem ist eben, dass ja auch die Großen immer mehr in Bedrängnisse raten. Ja, die Großen selber haben in der Zeit auch keine eigene Exploration betrieben, weil man hat sich auf das konzentriert, was Geld bringt in diesen schwierigen Zeiten. Und die kleinen Unternehmen, die sind erst gar nicht an Geld gekommen, um sich mit der Exploration zu versuchen. Wir merken langsam wieder so einen kleinen Shift. Ja, wir merken, dass auch Barrick Gold und die großen Firmen so langsam aber sicher ihre Fühler ausstrecken nach anderen Projekten. Ich habe euch hier schon viel erzählt, wo die Big Guys mal ein paar Millionen zu den kleinen Firmen rübergeschoben haben. Also richtig angestoßen ist das Ganze noch nicht. Wir sind wirklich am Anfang dieser Periode, und wir blenden euch hier gerade nochmal so einen Chart ein, wo man sagt, am Anfang, da fließt halt eben dieses Smart Money, nennt sich das. Da kommen die institutionellen Investoren langsam mit dazu, und irgendwann bekommt es die breite Masse auch mit. Und wir sind der Meinung, dass wir, und nicht nur wir, viele Analysten sind der Meinung, dass wir jetzt am Anfang dieser Rohstoffphase stehen, dieses Rohstoffzyklus. Denn wieder eine Firma sagt, hey, damals hat man eben in vielen Jahren genauso viel neues Öl gefunden, wie gefördert wurde. Aber inzwischen ist das Verhältnis zwischen den entdeckten Ressourcen und der Nachfrage völlig verschieden. Und wir reden hier von 25 Prozent. Also in dem Moment, wo wir einen Liter, in dem Fall jetzt zum Beispiel Öl, verbrauchen, werden wir 0,25 Liter parallel wieder gefunden. Ja, das ist ein Riesenproblem. Das könnte aber wiederum zum Vorteil werden für Firmen, wie zum Beispiel die ADX Energy, die wir bei uns auf der Website haben. Ein kleines ölproduzierendes Unternehmen mitten im Herzen Europa, nämlich in Österreichs, die haben dort verschiedene Projekte, unter anderem das Anshofsprojekt, was bereits Öl produziert. Die sind jetzt aber auch dabei, erste Bohrungen, erste Testbohrungen für ein mögliches Milliarden-Euro- oder Dollar-Gasprojekt mitten in Österreich in den Kalkalpen voranzubringen. Dafür haben sie jetzt auch schon eine Umweltgenehmigung, um die erste Bohrung durchführen zu können. Und wir dürfen sehr gespannt sein, wie es hier weitergeht. Das wird natürlich nicht alle Öl- und Gasprobleme der nächsten Jahre lösen, aber das könnte einen Teil dazu beitragen. Und ja, einfach mal die Firma anschauen. Alle Informationen, sowie auch zu anderen Firmen, die wir jetzt heute im Laufe der Zeit besprechen, findet ihr auf axinocapital.de. Und dabei bitte unseren Disclaimer beachten, da gehe ich gleich nochmal im Detail drauf ein. Ein weiterer Punkt, an dem wir sehen, wie sensibel dieser Bergbausektor im Prinzip gerade läuft, ist, ja, vor allem sind es die großen Goldproduzenten, bei denen man mal zuerst schauen kann. Neberic Gold hat in der letzten Woche ihre vorläufigen Betriebsergebnisse für 2023 veröffentlicht. Und wie wir sehen, der Chart, ich bin jetzt hier wieder nicht wundern wegen der Kurse, ich bin immer an der Heimatbörse, in dem Fall die Toronto Stock Exchange. Der Kurs ging, wie ihr hier seht, innerhalb von einem Tag knapp 10% nach unten. Es ist so mühsam, es zieht sich so, weil der Goldpreis, der steht sehr gut da. Okay, die Kosten, die sind noch verhältnismäßig hoch, aber wir sind nahe des Allzeithochs beim Goldpreis. Und wenn wir uns mal den Gesamtschart von Barrick Gold angucken, müssen wir sagen, hä, wieso sind wir denn jetzt verhältnismäßig so weit unten? Wir stecken ja nicht in einer Goldkrise. Okay, der Goldpreis hat nicht so performt, wie man meint, aber eigentlich sind die Mining-Firmen dafür da, einen Hebel auf den Goldpreis darzustellen. Das bleibt aber aktuell völlig zurück. Jetzt, warum ist dieser Kurzstoß passiert? Ich habe euch gesagt, der Aktionär, der hat es hier sehr gut nochmal beschrieben. Man hat eben die Produktionsergebnisse veröffentlicht und die waren nicht so schlecht. Man hat pro Quartal über eine Million Unzen Gold produziert im Schnitt. Das ist doch gut, das ist Barricks Anspruch. Okay, die Kupferproduktion, die lag bei 420 Millionen Pfund. Man hat auch vermutet, dass es 420 bis 470 Millionen Pfund wären, aber auch das ist doch noch im Rahmen. Verstehe ich nicht. Okay, gut, es war nicht so ideal. Das ist in Ordnung. Man liegt rund, das schreibt ja auch nochmal der Aktionär, 100.000 Unzen Produktion unter den Ergebnissen vom Vorjahr. Ja, aber so eine harte Abstrafung. Ihr wisst ja, ich darf, will und kann keine Investmententscheidungen oder Tipps geben. Tatsächlich schreibt der Aktionär hier, dass sie der Meinung sind, dass die Aktie beim Goldpreis von über 2.100 Dollar beziehungsweise bei einem neuen Allzeithoch richtig Gas geben würde. Und der Aktionär ist der Meinung, dass dieses Szenario 2024 eintreten wird, wie übrigens auch. Wir sehen deutlich höhere Goldpreise. Und deshalb rät der Aktionär zum Kauf dieser Aktie. Ja, nicht ich. Ich gebe keine Anlageberatung. Das tut hier der Aktionär. Auch der hat natürlich seine Interessenkonflikte und seinen Disclaimer. Das ist hier auch nochmal alles verlinkt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu dem Beitrag von der Aktionär. Liebe Grüße auch an die Kollegen von der Aktionär. Man sieht sich demnächst wahrscheinlich auch wieder auf verschiedenen Messen. Doch schauen wir von etwas, was nicht so gut läuft wie erwartet. Er hofft mal zum Thema Uran. Und zwar wissen wir alle, dass der Uranpreis immens gestiegen ist. Seitdem ich hier auf dem Kanal darüber gesprochen habe, dass der Uranpreis steigen muss, hat sich das Ganze verdoppelt. Das will ich nur einmal anmerken parallel. Und nun ist es so, dass die Schwefelsäure auch noch knapp wird und das den Uranpreis noch einmal nach oben treibt. Unabhängig von Nachfrage und Angebotthematik, die ja ohnehin auch immer noch sehr knapp ist. Wir kommen jetzt also dieser 100 US-Dollar-Marke beim Urankurs relativ nah. Und das hat sich natürlich auch positiv auf Uranfirmen ausgewirkt. Zum Beispiel eine Global Atomic haben wir hier mal besprochen. Das ist ein Projekt im Niger. Die haben in den letzten Monaten auch enorm stark profitiert. Natürlich ist die Frage, wie lange das noch in dem Maße, in diesen Schritten beim Uran nach oben geht. Aber ich denke, man kann hier schon mal von einem vollen Erfolg sprechen, auch wenn leider nicht jeder Preis so mitzieht. Aber hier sieht man mal, was passiert, wenn Angebot und Nachfrage extrem auseinanderklaffen. Ich habe es euch eingangs gesagt, beim Öl und Gas steht das Gleiche bevor. Davor warnt die Industrie. Beim Kupfer schreit die Industrie auch schon seit Jahren und auch beim Lithium. Und alles hat ja schon bewiesen, dass es bei Knappheit nach oben geht. Ist ja klar, wenn etwas knapper ist, steigt der Preis. Wie immer, keine Anlageberatung. Informiert euch selber. Aber wir gehen fest davon aus, dass wir eine immense Knappheit bei Rohstoffen erleben werden. Das sagen wir euch ja immer wieder. Eine weitere sehr kleine Uranfirma, die eben noch sehr am Anfang steht und eben vor allem Teil dieser ganzen Exploration ist, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Das ist Haranga Resources. Die haben nicht nur aufgrund des Uranpreises, sondern auch aufgrund sehr spannender und guter News nochmals profitiert. Die haben erst kürzlich ihre erste Ressource bekannt gegeben und haben nun nochmals weiter ihr Projekt exploriert und haben dabei neue Urananomalien mit kleinen Probebohrungen gefunden. Ja, das ist sehr positiv. Das bedeutet nämlich, dass man jetzt genauer abstecken kann, wo auf dem Riesengebiet, was sich im Senegal befindet, weitere Untersuchungen gemacht werden müssen. So kann man mit relativ wenig Kapital sehr effizient arbeiten und das ist eben etwas, was wohl auch die Aktionäre freut. Denn wenn wir uns mal den Chart von Haranga Resources anschauen, ich bin hier wieder bei den australischen Dollarn, an der australischen Börse, nicht wundern, die Kurse sind einfach genauer bei den kleinen Unternehmen, dann sehen wir, dass auch hier in den letzten Wochen es ordentlich nach oben ging und wenn wir mal in die Kennzahlen reingucken, haben wir hier sogar eine Jahresperformance von 112 Prozent. Auf drei Monate gerechnet auch schon knapp 100 Prozent. Das ist quasi eine Verdopplung. Also ihr seht, gerade bei den kleinen Firmen kann bei guten News viel passieren und wir gratulieren natürlich jedem, der dabei war und hoffen, dass es in den nächsten Monaten und Jahren positiv für Bergbauinvestoren weitergeht. Wo wir bei etwas Positiven sind, das konnte auch die Firma AVZ Minerals mal wieder einen kleinen Teilerfolg verkünden. Was ist da los? AVZ Minerals ist eine Firma, die befindet sich im Kongo und besitzt das sogenannte Manono Lithium-Projekt. Das ist das größte unentwickelte Hartgestein-Lithium-Projekt der Welt und demnach sehr, sehr begehrt. Die Aktie schoss von eingangs zwei bis drei Cent auf sogar über 1,30 Dollar. Also eine enorme Verexfachung, weil man einfach so enorm viel Lithium gefunden hat. Nach sechs Bohrlöchern, die man getätigt hat, stieg der Kurs schon oder stieg die Bewertung schon auf 600 Millionen australische Dollar an. Also immens, immens. Zwischenzeitlich drei Milliarden wert gewesen von so einem kleinen Millionchen-Unternehmen, wenn man so will. Und dann passierte es, es kam ein Rechtsstreit um unter anderem Besitzverhältnisse des Projektes auf. Ja, das ist natürlich wiederum Nachteil, wenn man in einem Land wie dem Kongo ist. Es ist keine Kritik gegen irgendwelche Länder, aber ich denke, wir alle müssen einfach fair und ehrlich miteinander sein. Wenn man in zum Beispiel Deutschland einen Vertrag geschlossen hat, dann wird sich da in der Regel dran gehalten oder man hat auch noch ein halbwegs funktionierendes Rechtssystem. Im Kongo ist es so bedingt. Die Firma behauptet, hey, uns gehören so und so viele Anteile an dem Projekt. Andere wiederum behaupten, nein, gehört euch nicht. Das ist die Kurzfassung. Es wäre jetzt zu lang, da noch weiter ins Detail drauf einzugehen. AVZ hat deshalb vor dem Internationalen Schiedsgerichtshof Streitverfahren im Prinzip eingebracht. Und nun ist es so, dass tatsächlich ein kleiner Teilerfolg gefeiert werden konnte für die Aktionäre der Firma. Die werden es wissen, worum es geht. Der Internationale Schiedsgerichtshof hat dann vor wenigen Tagen am 16. Januar die Entscheidung getroffen, dass die Demokratische Republik Kongo alle notwendigen Schritte unternehmen muss, um die Rechte von AVZ Minerals zu schützen. Ja, das gilt während der gesamten Laufzeit des offenen Verfahrens, damit dann eine faire Klärung der Besitzverhältnisse unter anderem stattfinden kann. Und wir drücken allen AVZ-Aktionären wirklich die Daumen. Seit anderthalb Jahren ist die Aktie vom Handel ausgesetzt und es steckt einfach so viel Geld auch von deutschen Aktionären da drin. Es wäre sehr schade, auch für den gesamten Bergbau, wenn es hier durch Streitigkeiten einfach zu einem Verlust kommt. Also wir drücken wirklich allen die Daumen und halten euch auf den Laufenden, wenn wir hier mehr wissen. Mehr wissen will auch die Firma Nova Minerals. Die sind Inhaber des Estelle Gold-Projekts. Das befindet sich in Alaska. Ich habe jetzt gestern tatsächlich mit Christopher Gertheisen, das ist der CEO der Firma, ein neues Interview aufgenommen. Das befindet sich gerade noch im Schnitt. Das wird dann auch in den nächsten Tagen hier oder auch auf unserem englischen YouTube-Kanal, schaut dort gerne auch mal vorbei, online gehen. Und eine spannende Entdeckung, mit der ich dann im Interview auch mit Chris gesprochen habe, ist, dass eben die Firma nicht nur Gold wieder neu erbohrt hat, das neue Bohrprogramm ist abgeschlossen, sondern man hat auch Antimon gefunden. Wer sich jetzt denkt, was genau ist Antimon? Ja, das nennt man so auf Englisch Antimony. Das ist ein kritischer Rohstoff. Also die USA schätzt das Ganze als Critical Material ein. Das heißt, man sagt, das ist ein Rohstoff, den man ganz, ganz dringend braucht. Gehe ich gleich drauf ein. Aber auf der anderen Seite, der versorgungskritisch ist. Also man weiß nicht, kriegt man den zu 100 Prozent, wenn man ihn braucht. Und in der USA ist das Ganze so drastisch, das ist dafür da, dass unser Display vom Handy keinen Kratzer bekommt. Zumindest, wenn wir es nicht gerade fallen lassen. Es ist in Batterien ist Antimony drin, in ganz, ganz vielen alltäglichen Dingen. Und die USA hat tatsächlich unglaubliche 0,00 Prozent Produktion im eigenen Land. Man ist zu 100 Prozent auf Importe dieses Rohstoffs angewiesen. Und das zeigt, dass auch schon ein kleines bisschen von Antimon im Projekt einen enormen Hebel auf Nova Minerals haben könnte. Die Frage ist, wie viel hat man? Das muss man jetzt herausfinden. Und ist es genug, um wirklich eine Produktion zu betreiben? Darüber spreche ich auch mit Christopher in dem Interview. Der sagt auch, was berücksichtigt werden muss, wie groß es sein muss, um dann gegebenenfalls über positive Auswirkungen für Nova Minerals nachdenken zu können. Aber alleine diese Chance zu haben, die wirft eben nochmal ein ganz anderes Licht auf die Firma. Und ansonsten können wir hier gespannt sein, weil die Goldbohrergebnisse, die sind jetzt online gekommen, die werden auch sicherlich bald in eine Ressource eingearbeitet, wie es hier bei Nova Minerals weitergeht. Ja, das waren zumindest die guten, die spannenden News dieser Woche. Es gibt leider noch eine nicht ganz so gute News und zwar ist es eh in der Öffentlichkeit, deswegen kann ich es auch hier nochmal ansprechen. Der CEO, Paul Fink von ADX Energy, ist ein Österreicher, der hat sich aus gesundheitlichen Gründen wohl vorübergehend beurlauben lassen. Ich weiß auch nicht, wer was mit ihm ist. Ich kenne Paul aber auch persönlich. Er war sowohl schon hier als auch wir mit Axino Capital vor Ort in Österreich, haben mit ihm gemeinsam die Produktion angeguckt. Ich glaube, im Namen aller Aktionäre, aber Paul, falls du das siehst, auch im Namen unseres gesamten Teams. Wir drücken dir die Daumen, dass du schnell wieder gesund wirst und hoffentlich bald wieder Teil von ADX Energy sein kannst. Ich glaube, du bist ein großer Gewinn für die Firma und wir hoffen, dass du der Firma erhalten bleibst. Das war es jetzt erstmal mit allen News, wo ich der Meinung bin, über die muss man in dieser Woche mal gesprochen haben. Falls ihr irgendwas vermisst habt, schreibt es unten in die Kommentare. Alles hat man auch nicht immer auf dem Schirm. Lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da, wenn euch diese Themen, ihr wisst ja, wir sprechen ja häufig über Geopolitik, aber auch über Rohstoffe, Edelmetalle. jahrelange Erfahrung in diesem Sektor ein und dann sehen wir uns morgen in einem frischen Video wieder. Schönes Wochenende.